ich farme karten habe ich schon vor dem stream gemacht aber ich versuche ich versuche hier diese hunter fly karten noch eins zu bekommen so eine hier noch eine dritte und dann noch mal zwei happy karten bekommen ja ich hoffe ich hoffe wir trocken was wo kommen die ganzen dachen her verstehe ich einfach nicht so das wäre eine schöne karte zu droppen aber ich glaube nicht dass wir da shoppen werden ich habe mich noch wach ich mache es denn mit zwei das game ist eingeschlafen schon wieder das game wach noch auf online so hm hm bam hm hm na komm ich habe ich glaube ich habe einen item booster mit doppelte drop chancen also ich hoffe dass ich was finden werde die dropschank ist glaube ich 0,06 prozent jetzt gerade das ist nicht so geil aber es sollte hinhauen so sollte mir hinbekommen danke für die epic maxi line ähnchen so ist das game so da mega mit dem gliss naja entsp美味 ich gut ei Plus Hunter vielleicht hater vielleicht einfach ganz ehrlich wie heutzhaber machen wir mal autoblut an ja wer lust hat auch noch mal einen film abend nächste woche freitag machen wir noch mal den abend wird bestimmt lustig werden ja jetzt kommt begibt mir doch die letzte karte bitte 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 wir sind echt nett weil ich kann momentan nicht weiter machen nicht nur wirklich ne ich sterbe sehr oft deswegen mal ein paar karten finden komm schon bitte naja naja ein paar hunter fleiß und was macht ihr so schön jetzt eigentlich aber game mit einfach wieder eingeschlafen sie der diebe spielen bei der anderen match sind deutlich mehr gegner da sollte viel schneller sein quasi zu finden aber hier dauert es ein bisschen aber ich habe schon zwei karten eine fehlt mir noch ähm chillen ja chill die ruhig ein ja 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 danke für die 1,5 gleich die da nien so zack 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 die morgen die weg ja 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 ich glaube ich wollte was game mit der musik aufgewacht danke für die rechte game mit dir ich mein bis mal die chili ja hab ich das nia du warst am schlafen ich bin aber ich bin beim farben gerade ja ein paar pandaflight karten zwei habe ich wie fehlt noch eine dritte und dann ergeben nach hat ergeben nach happy karten fahren das war wieder in den deutschen rohschwert zu sehen auf welchen ist aber zogs legacy of night wind drei wurde vergessen mit ein bisschen bach ja du bist ein eigen schlafen ich weiß dass gegen den titel bitte ändern dabei dabei da wissen die leute welcher server ich spinnen und hallo anton anfang wie geht's dir ich will dass du rein schaust während ich am Hunterfly Karten Farm bin richtig spannender Content hier, der richtig spannende Content Nya 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 ah ja ok ich schreibe aber ja rein in Madness ja also auf dem Server ist die Dropschunk ein bisschen höher ich habe jetzt mit mit dem Abelgum habe ich jetzt 0,06% Dropschunk also es geht eigentlich es geht eigentlich 0,06% ist ganz ok kann man farben 0,01% würde ich dem Steam nicht antun da schreibst du drauf Nya ähm na schau ich brauche nur eine ich brauche nur eine bitte 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 nee weiße da kriegt man nur viele keine Karte da freu dich nicht Nya komm schon wir kommen noch bestimmt ein paar ein paar noch komm schon naja wird schon noch wird schon noch was macht ihr jetzt was macht ihr so süßes hm was macht ihr so ihr cuties ich bin gerade am Farmen hier die Schattenseiten von Ragnarok Online ich stehe dumm in Frontera ja kann man mal kann man mal machen hab mir mal die XP-Welt angeguckt und das ist doch High-Welt nicht Low-Welt ne 5x5x5 sind Low-Welt High-Welt wäre so was wie 50 ey das erschreckt mich nicht so BigBass BigBass990 Dankeschön für den Jumpscare Dankeschön für die 100-Biddies wie geht's dir also ich finde 5x5x5 sind noch Low-Welt finde ich jetzt es gibt ja so 20x20 dann gibt es ja noch 100x100 dann gibt es noch 9000x9000 sowas ist High-Welt ne Farmen sind die Dunkelseiten von jedem Gang genau 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 das stimmt auf der die Zahl mindestens 3 steckt nein damit ist es auf der falschen damit ist es auf der falschen Seite Moment nein hier ist Keicho ist da die große Krabbe? oh nein hier ist Patrick ab die sind nicht dreistellig also 500% von 100% ne also fünffache ähm boah ein Model bewegst du dich dankeschön ähm das sind nicht 500% sondern fünf fünffache ähm Dingsbongs ne du siehst selber ein Hunter flack gibt mir 6000 und keine keine Ahnung was ich habe auch VIP mit VIP hast du natürlich nochmal doppelt danke schön für die 25 äh Bittys BigBass BigBass herzlich willkommen ähm bist du neu hier ich habe ich habe deinen Namen noch deinen Namen noch nie gelesen danke für die Headbats Kano äh äh was äh was waf ist das denn danke danke BigBass für die Bittys ok jetzt wo du sagst hätten sie einfach 5x geschrieben ja da war auch erst 5x ich weiß nicht warum die geändert haben deswegen war ich verwirrt eigentlich stand er erst 5x als ich angefangen hab ich glaube Kirby mag dich BigBass hätte ich und dann geht vielleicht Bitti zu Süßi ja viel Spaß mit der schleife an den Namen gut mir geht auch du Keiichi du bist für mich zu comfy was soll das jetzt heißen game line mir geht es auch ganz gut danke ich im BigBass linken ok ja muss pennen muss arbeiten gute nacht zusammen gute nacht an enten danke dass du da warst ich hab dich lieb ja und pass auf dich auf du mich voll zu da muss mehr akkus mehr sein ab und zu mal werde ich ganz bisschen akkus wenn ich jetzt wieder 20 mal runter falle in Mario Bros ich hab kein Glück mal ich überhaupt kein Glück gerade das wird nix also schnell wird das hier nix danke für die 30 BigBass nja dankeschön next streamer ist ja kein e-girl mehr sondern AI daddy AI AI daddy ja oh oh Gott wo kam der schlamm her ich nenn es mal schlamm danke für die BigBass sorry ich wollte testen ob das geht natürlich geht das alles muss dich entschuldigen du musst dich nicht entschuldigen Anton musst du ja ich meine ich bin echt froh dass ihr hier seid danke 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 Leute ich bin froh wenn ihr mir zuguckt auch wenn ich gerade nichts spannendes mache danke für die 15 biddies BigBass und oh und das geht nicht BigBass Herzis danke ich schreibe auf Es Gurke Wimpernhof runter Maxi bitte ab jetzt im Privatchat gute gute nacht ich gute okay die Ach Mensch. Danke für ein BD-Gaming. Dankeschön. Game Ware 75 Wift mit einmal. Katzenmünze um sich. Keiche-Dulek. 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 kai chudule kai chudule kai chudule kai chudule kai chudule kai chudule ja meine immer ja er hat sie was warum sie doch nur im maul was was wollten die jetzt er hat doch mit bittys im mauls gekauft weil wir über attack dann geschmissen damit leute ich kenne auch meine eigenen sachen ich habe mit dem die karte bekommen ich habe doch jetzt schon länger ich habe schon vor dem stream eine stunde gemacht also big bad danke dass du hier bist du hast dich schon direkt auf platz 3 geprügelt oh hier ist eine menge angie nochmal ich möchte langsam mit meinem mit hart bitte 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 so na komm wir gehen hier erst weg wenn ich die karte in den händen halte meine dritte die andere ich habe zwei in der stunde geputten zwar war letzte woche letzte woche war quasi ein event mit mehr und mehr drop chance da war es 0,09 prozent jetzt ist 0,06 prozent also eigentlich sollte ich trotzdem eine finden langsamer so 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 na komm schon irgendwie muss ich das schaffen wenn ich eine karte finde von einem anderen bock angie die cutie watch time sechs tage zwölf stunden danke gaming für die unterstützung hatte mit einem drop und lag hier letzte woche 0,4 prozent ja ich habe auch diese gm dinge die pro wie fein 0,5 prozent geben aber das reicht noch nicht um auf 0,4 zu kommen ich brauche 33 prozent das sind nur so 25 oder so was irgendwie ich muss ich muss noch mal plus c machen die woche und dann muss ich noch noch mal es gibt noch karten die noch mal dropshops erhöhen und so was die muss ich auch die in latania dungeon trocken 2 die muss ich auch noch mal farmen damit ich dann quasi eine höhere chance habe im nächsten event versuche ich komplett fertig zu machen jetzt spannend was maximum ist was ich machen werde wäre zum beispiel so level 1 waffen auf plus 20 zu machen da dann karten rein machen die dropshops erhöhen und dann noch extra rollz drauf die noch mehr dropshops erhöhen das wird aber sehr teuer werden das zu rollen alles also quasi ich habe keine guten rollz drauf leider ach mensch 0,1 8 wäre schon echt viel das kommt sobald du mal welt des in sand machen kannst hagel des karten naja auch in in endless tower und so was da sind ja auch viele meines dungeon weiß noch gar nicht was das ist meine gier idee ist sowieso krass die besteht aus zwei schoko karten und zwei infinite toad karten geil oder also wenn ich die mal habe naja dann gute nacht habe alles im plan ja ich hole mir jetzt aber erstmal gleich harpy card gute überbrückung weil ich sterbe einfach im labyrinth ne und ich möchte mir noch bessere rollz farmen hier letzte woche ging es weil letzte woche war ja 25 prozent mehr harpy und sp da konnte ich farmen aber jetzt töten die mich zu schnell weil ich nur 50.000 leben habe deswegen werde ich erstmal mit zwei harpy karten farmen die harpy karten sind sowieso gut für mich weil ich auf weil ich auf die nächste klasse vierte klasse soul vulkan skill möchte ist mein lieblings skill als vierte klasse magier rain ist auch ganz nice und so aber ich finde da brauchst du keine buffs für die sind schon stark genug an sich und sind jetzt keine boss kill skills die boss die boss kill skills sind ist der soul vulkan für mich deswegen möchte ich erstmal harpy karten machen für 50 prozent mehr soul damage soul magic damage und 20 prozent weniger schaden durch normale angriffe ja das ist glaube ich die beste karte dann momentan für mich was für nutze gerade habe ich kettel hat weil ich hier all magic damage all magic damage 10 prozent habe ich habe bis jetzt gerade keinen besseren bekommen ja ich brauche noch mal ein illusion hat was auch noch eine gute rolle hat rolle hat aber deswegen will ich ja gerade karten farmen damit ich labyrinth farmen kann ohne 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 zu sterben mein ziel ist auch noch mal instant cast dann werde ich mir noch mal so essenz auf lust und sowas holen dass ich quasi instant cast bekomme und sowas also karten die fix cast und variablen cast machen ja also ja ich habe echt kein glück gerade also 0,6 prozent ist eigentlich gar nicht so schlecht mit karten ich muss auch noch mein reload set auf lust 9 hoch machen die ganzen drei teile reload set die habe ich hier drinnen die habe ich eben in kapra geschmissen das war jetzt das beste einfache für shadow gear finde ich dieses battle cooler und runden verringern kein glück ich schwimmen gleich harpy karten wenn es hier so weiter geht harpy karten sind immer deutlich angenehmer ne ähm du hast da viel mehr gegner als hier und die ganze zeit immer angel links und sowas die du auch schön weghauen kannst kopf ich habe ich habe sogar aus mit an gemacht ja weil ich schon an habe ich bin so froh wenn ich endlich mit 200 bin da geht alles deutlich einfacher ja ja also der mit 200 plus mit die ganze skills und sowas dann ich dachte jetzt man ich dachte ich habe es bekommen weil gleichzeitig um die nachricht kam auch man ja 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 na ja na ja na ein jetzt echt nicht der plätzen letzte woche habe ich zwei stücke von einer stunde jetzt finde ich nicht mal einen über eine stunde ja nein nein ja karten fahren sollte man wirklich erst machen wenn drop chance erhöht ist aber ich muss ja irgendwie illusion machen können deswegen mache ich das jetzt ich habe das gefühl bei autoloot droppt das nicht ich mache nicht was raus droppt nicht wenn ich autoloot aus habe wahrscheinlich am besten bin ich dann weg und sie liegt dann da rum und ich finde sie nicht mehr das wäre geil maximo bist du magst du die weg nicht mehr da ist er eigentlich schlafen jetzt ja aber ist ja nicht schlimm wenn er müde ist kann er ruhig schlafen wunderbar ich dachte ich mach das eben die crop bestimmt gleich stümalack und so was aber nix da ich habe keinen stümalack ja 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 dann ist okay ja es gibt mir die karte düßer ja versucht ja wach zu bleiben ja trock mal hier ne oder so ich gucke mal ob schoko karten da sind schuhe legacy of nightwind boss tracker so cool alle drei leipzig wir gehen mal schoko töten kurzes lebenszeichen hallo anime fans schön dass du noch am leben bist wir haben sich schon alle vermisst haben wir gehen wir noch von terap mace rein mal eben die tami hallo wie geht's dir denn ja schlüsse rein schaust wie schön nordfield eben mal so ein paar miniboss zu töten vielleicht habe ich ja da mehr glück ach verdammt ach verdammt fucker miniboss hier wollte ich nicht rein man ist halt das ist nur zeitverschwendung ach weil ich verdrückt habe ach war richtig frontera wow jetzt fast nur lou ist irgendwie bei mir lou ist ja muss aufpassen die punkte sind heilig ja ist wie bei plunderer der anime der plunderer anime kennt ihr den plunderer wenn die zahl auf 0 geht dann stirbt dann sterbt ihr immer spaß ja 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 schlusser life schlusser muss dahin ja hier muss ich hin gerade nichts bekommen dann gehen wir mal eben in level 2 rein mal gucken ist der empopäa da mal gucken wenn du das geblieben hast wenn ich jetzt das schokokass geboten hätte aber zu viel glück habe ich nicht nexi danke fürs einchecken beim aufladen danke für dich hatten die ich hab dich auch lieb falls ich den buffo mit finden sollte damit ich den wegklatschen kann nix hier nix hier nix hier anguckt meine an keine gerade leider zwei sets drauf naja hallo katakuri wie geht's dir pelamant ist gerade auch ganz nice und natürlich tropp ich dir auch nicht schön dass du reinschaust da freu ich mich noch irgendwo was ich glaube nicht vielleicht bekomme ich ja hier die karte her na komm nope da ist doch ein pelamant fest aber nix gut ich glaube das war es hier raus hier oi karte album öffnen präsentvoll so hier das ist doch ein besserer schild wäre das ist doch ein besserer schild wäre aber nur gegen die neue tröndel maxi bist du aufgewacht? ja, sieh sie. dass man von frontera nach frontera erwarten kann ist auch so ein troll, ne? komm schoko karte, komm schoko karte, komm schoko karte, komm schoko karte, komm schoko karte. so ein paar schoko karten wären nein. nach oben rechts, das passt. maxi bist du eingenickt? ja. das heißt fok weg machen braucht kein mensch. der braucht schon fok. ja, irgendwie hat dich schon vermixt. genau hingucken wo der affe ist. oh no, angie sorry, genau. aber er dachte so, da du ja eingeschlafen bist ist ja ok. ne? wo bist du? wo bist du, schoko? wo? schoko? noch nicht, ich bin so müde, gamey. boah ich hatte so maps mit so viel zeug hier. so viel bäumen. ach da war ja grad ein, ah ich hab grad gesehen glaube ich. der war irgendwo oben rechts an so einer ecken an der kante. ganz versteckt war der. mensch, hinter einem baum. ja, ja. mach den kaffee, mein spaß. ne, geh ich hier aber. das finde ich doch nie wieder. ich glaub mal hier so lange nach oben. vielleicht finde ich ihn dann. ich glaube jetzt war so bei sowas. bei so einer wand. die so runter geht, ne. glaube ich. hier ist nix. me sorry, ja. ist doch alles ok maxi. ist ja nix blimes passiert. oh man. wo ist denn der jetzt? ja. warte doch. wunderbar. wenn ich hatte. bei jahren. naja. alles ok. braucht sich deswegen nicht wehtun. ja genau nicht wehtun. wehtun ist nicht so gut. so. jetzt sind die beiden umbalen maps. dann gehen wir zurück nach. nach hunter place. kann ich mich nicht. kann ich mich nicht. runter porten lassen. warte mal. wo ist denn hier der porter? ach die. guck mal. hier haben sie keinen porter hingemacht. für die maps. naja. so. jetzt mal ganz geruhig. ganz ruhig ein gitschig suchen. wo bist du? ah. so. jetzt mal ganz geruhig. ganz ruhig ein gitschig suchen. wo bist du? affelein. komm aus einem versteck hier raus. na. wo ist er denn? ach. ich glaube er war. ich glaube er war gerade. hab ich gerade Affen gesehen? oder war ich gerade lost? ich könnte mich auch verguckt haben. nur beim gras. ich glaube ich habe mich verguckt. ne. ich glaube ich sehe schon Affen. ohne dass er Affen sind. ne. doch. 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 ne. 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 naja. let's go. hier gibt es noch mal einen. ne. ein Affen. die kennen wir ja schon. ne. 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 nö. ne. ne. ein ice pick mit slot ich glaube ich würde jetzt ice picks hier irgendwie relevant sind nope glaube ich nicht okay weiter geht weiter geht es in geffen dungeon ich soll schon mal ein clipboard geben dann noch 24 minuten welchen lad ich gefunden hat dann machen wir was anderes na ach mensch kein glück heute bei illusion war eggs möchte ich nicht wenn dann wenn dann wissen wir nicht gegeben und sich jetzt nicht immer raus zu gehen hier habe ich im lager schnurren 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 ist super schnurren 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 Oh, hier sind es sehr viele. Natürlich nicht. Egal. Lass mal liegen, braucht man nicht. Schrauben, schrauben, auf mir. Naja. Na, das ist doch. Ach weißt, ich habe echt kein Glück. Bum, bum, bum. Ach weißt, ja. So viel Pech hatte ich noch lange nicht mehr. Ja, nein. Das ist, das ist das. Niemals Pech, den ich habe. Bum, bum, bum. Ich glaube, Karten tropfen wird ausgeschaltet, Leute. Ich glaube, der GM hat einen Fehler gemacht. Und aus Versehen beim Patch gestern die Karten ausgestellt. Das ist der einzige Grund, woran ich jetzt denken könnte. Warum ich keine Karten tropfen. Na. Ja. Ne. Ja. Bam, bam, bam. Auch es war. Ja. die einzige karte ich gefunden habe jetzt war eine die ich ja vom boss bekommen habe von der von der von der ähm vom item also die zählt nicht gerade zählt nicht nein endlich roh naja ich weiß nicht ob das nice hinter karte ist ne ich fahre mir jetzt schon seit vor dem steam eine stunde jetzt auch wieder fast eine stunde hunter fly und ich bekomme einfach keine karte ja raste aus warum soll ich ausrasten aber wie geht es dieser karte ist wie war wie geht es dir heute dann hast du bald an die karte ja ich kann gar nicht ausrasten ich weiß gar nicht wie das geht mir geht es auch ganz gut da fängt an der nachfrage und schüler zu reinschauen also ich raste mich aus ich bin eher müde was kettchen rastet aus auf jeden fall raste ich aus ich hätte sowas von ausrasten das glaubt ihr gar nicht so sehr kann ein mensch gar nicht ausrasten mittel mh so etwas zu überlegen heute und egal vielleicht mal du wirst du sonst kein headset aber 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 anime fest ich rede doch gar nicht auf Ich bin voll mit chillen. Danke für die Teilstupsi. Ich gehe gleich... Ich gehe gleich zum Auto und hole eine Cola hoch. Die sollten doch was im Auto haben, hoffentlich glaube ich mal. Und so fehlt an dir. Danke für die Head Fat Anime Fan. Mua! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Da gibt es doch eine... Na komm, bitte, 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 bitte. Oh, hm. Was muss ich tun? Wen muss ich den... 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 Dingsbogen sind, damit ich zukommen? Wen? Sagts mir, sagts mir. Ich mache es einfach. Ich tu es. Angie! Geh, hehehe. Und, bang! Ah, die Handa-Glai-Karte. Na komm schon, bitte bitte bitte. Das ist ja ja müde, wenn man so eine Stunde auch nichts findet. Wenn das Ding ist, wenn man es dann findet, dann ist man so, boah, endlich gefunden, zack, zack, dies, das. Maxi! Geh schnell, nochmal ein paar Bugs holen. Geh schnell, nochmal ein paar Bugs holen. Geh noch mal hin. Ich bin gerade happy. Warum bist du denn happy? Was ist denn passiert irgendwie? Ja, Moment mal, ich gucke euch wieder an. Ich bin gerade... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mach hier ein Wizard und ein und ein 2024 dieses Jahr Ich meine dieses Jahr Es ist ja schon 2024 Dieses Jahr also in einem halben Jahr circa Mein Gott Also dieses Jahr kommt es raus ja Ich hoffe du bleibst aber eine Katze Natürlich bleib ich eine Katze Ich bleib sogar eine pinke Katze Also dieses Jahr kommt es raus Ich freue mich mega drauf Ich kann ja mal Komm Leute ich mach es nochmal Ich habe ja ab und zu Ich habe jetzt zweimal Was von meinem Model gezeigt Zweimal nur Ich zeig es nochmal Ich zeig nochmal die beiden Es ist nur ein Sketch Es ist nicht das fertige Produkt Es ist nur ein Sketch Okay Ich zeig euch mal Ein Teil meines Models Okay Da Moment dauert Dauert eine halbe Stunde Ich muss eben Ich möchte sich ganz liegen Naja Belle will ja kein Hase mehr sein Schade Finde ich auch schade Aber ich glaube Belle fühlt sich einfach damit nicht mehr wohl Aber ich glaube Belle fühlt sich einfach damit nicht mehr wohl Sie wird ein anderes Tier werden Ist ja okay Ich bin schon gespannt Bild Was zeige ich euch jetzt Ich zeige euch Was zeige ich euch Ich habe es schon mal gezeigt So ein bisschen Ich werde dir eine Ähm Es ist nur ein Sketch Leute Also keine Sorge Es ist im nur ein sketchy Ich zeige es euch jetzt. Also passt auf. Eigentlich will ich es ja nicht zeigen. Aber ein bisschen dürfen wir sehen. Meine Beinchen. Wie es aussehen wird. Es gibt verschiedene Sockenarten. Es gibt verschiedene Schuhe. Es gibt verschiedene Outfits. Das ist jetzt nur eine Sockenart. Ist okay. Mal gucken wo es ist. Ja Sock 2. Genau. Socken 2. Mehr zeige ich nicht. Wobei doch. Guck mal hier. Bauchfrei. Ach in Asura Monk waren auch fun. Äh ja. Aber bei ähm. Ach in Asura Monk habe ich ein Dino nach dir benannt. Passt einfach zu denen. Kannst ihr auf Discord im Bereich eure Bilder anschauen. Mach ich gleich sehr gerne. Dankeschön. Das freut mich dass du mich da rein machst. Dankeschön. Also Asura Monk ist sehr nice. Aber es gibt viel viel spaßigere Klassen in 4. Klasse. So ich gehe schlafen muss. Ein Schlaf wird uns wieder so gekriegt dass ich um 5.30 Uhr aufwache. Oh die Manu. Da musst du am besten schon um 9 ins Bett eigentlich. Oder um 10. Ähm. Schlaf schön Catboy Manu. Ich hab dich lieb. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ist eigentlich gesehen das Model. Ich glaub nicht. Egal. Das ist der Sketch. Ach ich. Jesus. Schlaf wie sonst auch um 0.1. Ok. Wunderbar. Ja schlaf schön. Oh. Okay herzlich willkommen ich habe heute frei und bleiben noch etwas hier bevor ich wieder in argen bin alles klar ronnie danke schön danke für die unterstützung die cutie ich kann die karte finden ist so typisch es ist so typisch dass ich keinen luck bekommen dass ich keinen luck habe nix sicherlich eine karte noch nach 40 minuten und das sind wirklich nur zwei zwei gegnerliche kille das sind eine menge gegnerliche kille ich habe schon tausend fehler danke für die info habt weiter ein der geron dank fürs einchecken wie geht es dir so spät noch da oje als ob sie einfach ihr ein model wegwerfen will keiju also soviel ich wusste kabo dass sie sich mit dem dass sie das passiert weil sie hat ja gemeint dass halt weibliche models und so was ja weiß ja und deswegen sie männliches machen will ich dachte sie würde es hauptsächlich noch benutzen ich mein ja danke für ehrchenkraut wie geht es dir und geron wie war euer tag nja geht dass ihr da seid naja eine katze wäre auch toll ich glaube nicht dass bae eine katze ist weil nach ihrer aussage gibt es schon genug katzen welts noch als model wird mega süß ja deswegen sollte sollte welts auch benutzen dauerhaft also ich wollte jetzt schlafen gehen musste ja schließlich um acht wieder aufstehen alles klar geron danke dass du da warst du schlafen stehen ok mir geht es bestens das freut mich danke für den lurky geron das ist schon fast traurig hier leute es ist wirklich traurig kein lack nichts naja wo ist die karte ich habe keine ahnung ich kill hier die ganze zeit also ich bekomme sie nicht ich weiß nicht ob das so schlau ist weil manche kommen dann wegen dem model die anderen kommen wegen dem model und dann wird sie gefragt wo ist ein anderes model warum ich weiß nicht aber ja ich meine es ist ja ihre sache du kannst ja gerne machen ich habe nicht eine karte bis jetzt gefunden das ist schon zu graurig nicht mal keine ahnung sleeper karte nicht mal keine ahnung gold karte nichts dabei kill ich 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 wie sau du bist ein model nein hier mein model mein model meine katze ist ein model das nennt man model ja ich würde auch so lange haben es Zeit dass ich die karte finde um ehrlich zu sein also meine ähm letzter stand war sie möchte kein whiteback ins model mehr haben deswegen sie ja auch mit dem männlichen wie das sieht ne so hab ich das so weiß ich das noch weil die zuschauer nur wegen dem eine kommen so gesehen ne deswegen wollte sie ja anwendiges machen aber rapid bell ist eh schon lange nicht mehr gequatscht also ne das ist offenbar wegen dem model kommt man kommt zu dem steward wegen dem kontakt ja natürlich aber bald aussage war ja sie will nicht mehr auch das eine ähm 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 auf das eine hier wie heißt es Dingsbums weil sie whiteback ins model hat ne deswegen aber es ist auch egal es ist auch egal ich freue mich auf jeden fall auf ihr neues model da bin ich echt gespannt drauf schon alter ich krieg diese karte nicht ich krieg sie einfach nicht er ist schon 40 minuten rum über 40 minuten weil ich ja schon mit dem anderen bubble noch hier ein bisschen war klar mein kill speed ist nicht der schnellste aber es geht ja eigentlich noch mit der vierten klasse wäre ich schneller als am killen na man ja oh man ich glaube ich muss mal gleich mal zum trinken holen so Stärkung und dann geht's und dann dann habe ich den bot dann habe ich den entdeck hatte aber was ich für zwei karten haben ich habe nicht nur eine aber die krieg ich noch und ich möchte die und ich möchte vier miniboss karten haben ja klar doch die die habe ich mir aber erst wirklich wenn ich dann ähm komplettes em drop loot gear habe ne und komplett voll drop gear ich dachte die karte locker so 0,2 prozenter gefühlt drop chance dann 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 farm ich den ja vorher versuche ich es natürlich auch noch aber es ist halt fast unmöglich eine miniboss karte zu bekommen mit 0,06 prozent ne die spawnen einmal die stunde vier stück insgesamt da muss man schon sehr lucky sein ihr seht ja wie viele monster ich töte ne es sind ja schon 1300 monster fast die ich töte hier und ähm und ich habe nicht alle karten gefunden das heißt ich müsste über 1000 stunden also ne 250 stunden lang quasi das monster fahren jede stunde einmal ähm nicht über mehr um eine karte zu bekommen als ob man regnen ja genau Angie bist du müde Angie okay ach man ey ich habe kein Glück ne ich habe kein Glück das gibt es nicht es ist so lächerlich ne es ist so lächerlich eigentlich naja weil gleich gehe ich die Nummer vier Schokos töten und dann machen wir für heute mit Ragnarok Schluss bisschen müde nja komm Fubio komm 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 natürlich nicht natürlich nicht 0,3 prozent Chance bekomme ich nicht ja ich glaube die hat mein der GM war vorhin da ne also der GM von dem Server hier ich wette sie hat meine Drop Chance verringert um 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 mich zu ärgern aber 100% aber 100% aber 100% hat sie das gemacht aber 100% hat sie das gemacht Angelinkarte 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 das wäre das wäre das wäre natürlich nicht natürlich nicht und dann auf dann da n ein 2 1 2 2 und dann dann wir die vier schocker machen so machen unsere ja heute. Das ist kein dicker Projekt. Egal. Wie mache ich hier noch und dann. Wie geht es dir sonst so? Mir geht es super. Also mir geht es echt gut. Es läuft. Meine Zuschauer sind da immer jeden Tag. Es gefällt mir super gut. Ne. Also es ist die beste Sache. Die hätte passieren können. Die Feenia Waterbook. Ich halte den blauen Dino. Haben meine Dinos gerade fertig gemacht. Den hätte ich den Cabo genommen. Vielleicht sollte ich nicht alle Dinos mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Ja. Am besten die ganzen Special Dinos aufheben und saven. Den Caichu Dinos. Den Caichu Saurus Rex. Den Cabo Saurus Rex. Nicht mitnehmen. Sonst sterben sie vielleicht. Ich gehe mal gucken wo Shoku Alive ist. Bevor ich jetzt hier aufhöre mit Ragnarok. Die könnten wir ja noch 1-2 Bosse machen. Mal gucken. Shoku ist überall am Leben. Wunderbar. Dann ist sehr wahrscheinlich auch der MVP am Leben. Dort bin ich sicher. Also Rolli ich will nicht sterben. Okay. Ich möchte im Spiel bleiben. Ich finde es aber süß dass du mich da reingemacht hast als Dino. Es ist mir eine große Ehre. Danke Chil. Dass du da mich denkst. Ich hole mal zu trinken. Und dann hole mal 4 Schokokarten bei 4 Kills. 4 Schokokarten. 4 Karten. Okay. Wenn nicht. Dann nicht. Bis gleich. Prinken. 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 Oh man der Süßies. Guck mal eben ob das schon hier verschickt wurde. Ne. Hab mir aber gerade mal was schönes bestellt. Ich möchte da mal eben angucken ob da irgendwas ist. So. Ich habe keine Nachrichten. Vision. Werfen geht nicht. Moment. Jetzt sollte es wieder gehen. Dankeschön Angie. Ich spreche vor jedem Aufbruch und vor jedem Angriff ab. Du verlierst keine Dinos und keine Materialien mehr. Ja. So kann man es auch machen, Ronny. So kann man es auch machen, genau. Gerne. Ich habe ja was bestellt auf der Webseite. Ah, wie heißt das nochmal? Erlaubt? Ne. Und diese Zeichen? Hier, da. So viel Zeit, oder nicht? Warte mal, habe ich jetzt gleich viel Zeit? Schauen wir mal schnell nach. So viel Zeit, oder nicht? Schauen wir mal auf meiner App nach, ob wir Zeit wollen. Willkommen zurück Anime-Fan! Ich bin nochmal weg, viel Spaß noch. Alles klar, Schocky-Monster. Gute Nacht. Ich wünsche einen schönen Schlaf. Schlaf schön, ja? Bis zum nächsten Mal, ja. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, Schocky-Monster. Bleibt hier für die Headbets. Ich bin gleich wieder für die Headbets. Mjaaah, mein Beschneller. Ups, falscher Code. ja doch ich hab's ich hab's ich hab's bezahlt ich hab's bezahlt ich hab's bezahlt ah hier hier ist es genau weiter januar werden wir schon behalten vier bis zehn tage ja mal gucken ob es wirklich ankommt bis dahin da bin ich gespannt mein märchenprinz wie geht's dir mein kleines baby ja renne mein süßes wie geht's dir wie war dein abend der die fünf dank für euch in crowdies wir müssen wir müssen jetzt hier mal reingehen und die sicher weg klatschen ein glück natürlich natürlich nicht warum denn auch glück haben einmal in dem leben gibt haben upgrade part gun barry boost damage das ist ein accessoire ein shake und meister ok nein vielleicht verkaufen 2 prozent leider aber immerhin super bin seit drei tagen am verhungern ah nein warum das denn bist du machst du fasten oder was machst du oder hast du kein geld nicht fast nicht ich habe nichts zu essen was aber wieso das denn renne ich hoffe wie lange noch dann die ganze monate oder was nie oder ach renne ja das ist nicht das ist nicht toll man muss doch was essen ich glaube hier gibt es nichts mehr ich gehe zum nächsten level level drei müssen wir rein ich habe drei tage mich aber im hunger und kriege nicht mal mein geld wenn du kriegst du dein geld nicht dann will ich doch direkt mal jemanden suchen der dir hilft dabei dein geld zu bekommen sieht ja gar nicht sowas ich glaube hier ist alles tot ja hier ist alles getötet worden dann gehen wir weg wir gehen nach potera 4 3 dann 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 Ich kriege an Geld 40€ eigentlich. Aber 40€ ist auch nicht viel zum Essen. Das ist vielleicht eine Woche. Wie lange geht es noch? Du meinst meinen Stream, Angie? Willst du, dass ich aufhören zu streamen? Ah, perfekt! Wunderbar! Mein Glück! Ja, nein! Das hört sich nicht gut an, Rene. Ich hoffe, ihr geht es besser. Irgendwann mal. Es wird doch immer gesagt, in Deutschland muss keiner hoch haben. Das wird doch immer gesagt. Und die Realität ist auch was anderes. Leider. Ja, oder bist du? Ich Leuten also komm da. Wo du arbeitest, willst du nicht schreiben? Oh, ist das so eine komische Arbeit. Stefan, danke für den Raidung. Stefan unterstrich Sholly78 ratet mit elf Katzenliebhaber das Katzenreich. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Dankeschön für den Raid, Cutie. Ich glaube, da bin ich am besten unter ihm aufgehoben. Nein! Nein, nein, nein! Was hat mich denn getroffen? Ich mach den Clip wieder rein. Wie kommt der Kopf da so zur Seite raus? Ich hab mich ganz sicher gefühlt da unten. Oh, den Angriff hab er... Bopp, 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 bopp. Boppelibopp. Ach, Daffy! Du kommst von Stefan, aber ui! Hallo, Gamerfalk, wie geht's dir? Schön, dass ihr reinschaut. Es freut mich. Ja, bei diesem Lohn von 40 Euro hätte ich den Chef um die Kündigung um die Ohren gehauen. Ja, aber richtig. Hey, mir geht's super. Wir sind hier empfohlen worden. Der gute Daffy. Daffy, danke schön, dass du mich empfiehlst. Dankeschön. Ich schnaufe bitte bei Stefan vorbei. Ne? Ja. Dankeschön. Dankeschön, Daffy. Herzlich willkommen. Das freut mich. Setup. Tutschein Nemesisu. Achso. Man hört zwar was, aber man hat nichts gesehen. Das ist klar, dass ich die Kids eigentlich rausgenommen habe, weil sie oft am Rumbagen sind. Ich wollte die jetzt gerade noch mal reinnehmen wieder. Vielleicht geht es ja jetzt wieder. Ich mache gleich noch mal einen neuen Shoutout. Moment. Setup. Browser. Lips. Okay. Unter. Avatars. Ich bin sonst wenig bei V-Steamern unterwegs, aber es sind immer sehr nette Steamerinnen und freundliche Chats. Ja, mein Chat ist sehr freundlich und sehr lieb. Danke, dass du reinschaust. Ich habe dich auch lieb. Und danke, dass du trotz dessen, dass ich ein V-Tuber bin, reingekommen bist. Kannst du mich mal privat anschreiben? Ich kann dich nicht anschreiben. Das musst du machen bei Twitch. Ah. Wir gucken mal. S-S-O-X-Stefan. Sorry. Ich glaube, da bin ich am besten unter ihm aufgehoben. Nein! Nein, nein, nein! Was hat mich denn so aufgehoben? Nein! Ich dachte, der Cop ist das so zur Seite raus. Nein, nein, nein! Was hat mich denn getroffen? Ich glaube, der Cop ist das so zur Seite raus. Ich habe mich ganz sicher gefühlt da unten. Nein, nein, nein! Das ist doch mit dir. Irgendwie ganz komisch war das gerade. Oh, den Angriff habe... Das ist doch eine kleine Facecam, die du hast, ne? Aber ja gut, manche mögen das so mehr, ne? Dass man mehr vom Spiel sieht. Oder dreifach. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Und manchmal kann ich nicht reden. Ich bin da zu lost für. Reden ist schwer. Danke in jedem Fall. Kein Problem. Danke fürs Reinkommen, du süßer. Oh, und Entschuldigung, ich nehme nicht jeden süßen. Das ist ein Angewohnheit. Tut mir leid. Manche mögen das nicht. Und wo? Geht es jetzt bei dir ins Bettchen? Oder machst du noch schöne? Leider nix bekommen. Leider nix. Ah, schade. Ich habe auch jeden lieb und den nehme ich süß. Den nennst du süß. Ja. Ich mag auch jeden hier. Das ist super. Jeder hier ist super süß und lieb. So, Boss Tracker. Wir haben noch... Welchen Boss klatschen will? Ah, guck mal, Dracula und Doppelgänger sind gerade hier gespawnt. Aber er hätte keinen Buffs. Ähm. Moment. Nightwind. Erro. Play. Ich knuddelig zurück, Anime-Fan. Ja, muss mal. Ich wollte eigentlich um null Schluss machen. Ich habe heute mal... Aber mal zwei Waves abbekommen. Da ich ganz klein streamer bin. War das mal ganz schön. Ich bin auch ein kleiner Streamer. Ich... Ich stream jetzt seit fast vier Monaten. Ich bin auch noch klein. Und ja. Waves sind immer sehr, sehr, sehr schön. Ich habe 4,9k an Kanalpunkten. Ui, Reni, das ist eine Menge. Immer schön sparsam sein damit, ne? Und wie klein ist, sie überwissen zusammenhalten. Ja, so. So. Na, keine Sorge. punkte nice auf euch einen auf jeden fall noch viel spaß du bist auf jeden fall ein sehr wenn ich reden könnte du bist auf jeden fall sehr sympathisch also bei dankeschön ist auch sehr sympathisch und man sieht sich bestimmt mal wieder schlaft schön und bis zum nächsten beinne ja ich bin ich auch sehr gut am sparen ja genau immer schön sparen die punkte und im richtigen moment einsetzen so wo ist denn der boss hier wo ist der boss da steckst du dich vor mir hast du angst da war mal marionettenkarte nichts gutes leider wobei dies vielleicht gut für nen sura mit mehr sp weiß ich gar nicht der sollte auch da sein doppelgänger wo bist du doppelgängerlein komm raus komm raus denn die weg geht auch mal in anime schauen alles klar dankeschön reden danke dass du da warst ja ich hab dich lieben wir sehen uns hoffentlich bald wieder süßi und ich bin süß dass du mich teddy die werden nennst du süßi ich bin süßi hier und kanalpunkte sparen ich muss page überknütteln ja level 5 cutie also man kann sie auch ausgeben wenn man will dafür sind sie ja da ne danke für den knuddler knuddel er ist karot ja knuddel knuddel danke für den knuddler Man muss eine MVP hier, ich will keine Wurzeln schlagen, Doppelgänger, Doppelgänger, ich kann auch nicht sparen für VIP oder irgendwas anderes, ich brauche den Schnurrbart und die Clowns. Bis jetzt haben alle VIPs nicht einmal VIP eingelöst, bei mir bekommt man VIP willkommen, indem man einfach nur aktiv ist. Ich sehe schon, du bist immer sehr sehr auf da, du bist leider immer nur nachts da, weil du wahrscheinlich mittags nicht kannst. Aber guck mal, wahrscheinlich kann ich dir auch mal VIP geben, sehr wahrscheinlich. Weil du bist ja auch immer da eigentlich. Wie kann man hier VIP werden? Entweder sehr aktiv sein oder 70.000 Punkte ausgeben, keine Punkte. Ja Angie, du hast ja schon VIP. Also wenn ich sehe, ihr seid immer aktiver Schreiber, ihr seid immer da, dann gebe ich euch von alleine schon VIP, weil ich sehe, ihr habt Bock. Ihr müsst halt sehr aktiv sein, dann bekommt ihr das schon. Wenn man aber inaktiv ist, dann nehme ich auch wieder VIP weg. Bis auf, man löst es ein, dann nicht. Ich kann sonst nur bis 22 Uhr arbeiten, aber habe noch Urlaub. Ja genau. Ich sehe mir aber auch oft, ich merke ja, ich merke ja, wenn ihr aktiv seid, wenn ihr Bock habt und so, ich merke das schon. Wenn ihr sehr viel schreibt, wenn ihr sehr viel da seid. Zum Beispiel Darfi ist immer sehr oft da, Ronny ist auch ab und zu mal da. René zum Beispiel auch sehr oft da. Ich sehe das schon. Und dann werde ich das schon mal machen, dass ich dann, ähm, die VIPs mal raushaue. Ne? Wen haben wir noch da als MVP? Hm. Ah, da muss ich noch was Kanalpunkte sparen. Mhm. Wir gehen nochmal runter. Also mir reicht es schon, wenn man aktiv ist, ne? Nicht verdursten, warum nicht verdursten? Ich verdurste nicht, Darfi. Trinken, okay. Ich schreibe es ja weniger, aber noch voller Knudeln keine Zeit dafür. Ich stalke dich mal. Moment. Ah, Platz 21 von 1300. Ja, ähm, also wenn ihr VIP habt, wird entweder 70.000 Punkte farmen oder einfach aktiv sein. Ich merke das schon, wenn ihr aktiv seid. Wenn ihr sehr viel schreit, ihr dieses Mal, sehr viel dabei seid. Es ist mir halt wichtig, dass die Leute, die die VIP sind, auch aktiv sind, ne? Ähm, ich hab schon ein paar Leute, die ja wieder, wieder VIP weggenommen, wenn ich merke, die sind inaktiv geworden oder sowas, ne? Ähm. Das ist halt schade immer, aber es ist, dass es ist, dass es ist. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr aktiv bei VIPs und sowas. 20 Stunden hast du. Ich merke, dass sie immer, also, wenn ihr Fuff und Rolli und so, ich merke, dass sie immer da seid, ne? Also, ihr seid schon auch da. Ich schalte mal kurz rein. Ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. V-Rang 84, ja. - Da ist noch so einer dran. Ey, wie lange machst du heute noch? Nicht mehr so lange. Wir gucken gleich noch 1-2 Videos an. Dann geh ich ins Bettchen. Ich wollte sie noch 1-2 Monster töten und dann hier mal offline. Oh, da hab ich gesabbert. Knuddel, oh, ich knuddel dich zurück, ey Ronny. Knuddel, knuddel. Oha, dafür hast du verdoppelt. Daaaam. Ich hab da jenes von ihm bekommen. Ah, mit der Wahrzeit einer. Ach man. Der Deckel. Ja. Bloody Night. So, wir gehen in die nächste Map. Perfekt. Nexi ist auch verdoppelt. 100 Punkte hast du jetzt fast. Wow. Nexi, du schaffst das Nexi-Line. Du hast doch mal Punkte verloren, ne? Oh man. Hört mir leid. Aber still dich zu sehen, Nexi. Still dich zu sehen. Ich hasse, ich hasse, wenn die Kamera so auf den Kopf gedreht ist. Das sieht wirklich scheiße aus. Points. Ne, das heißt, doch freu ich nicht richtig eigentlich. Oh, ich bin Platz Null. Null Punkte. Mutti. Also die Punkte sind andere Punkte als die Kanalpunkte, ne? Nein, flittig fuff! Deine Schildpunkte sind weg. Bleib! Bleib! Bam Bam! Bam Bam! Bam Bam! Warte, Knuddel! Ja, Knuddel, Knuddel! Danke für den Eichenkral, dieser Lippo! Dankeschön! Knuddel finde ich super! Finde ich auch super! Lass uns alle zusammen knuddeln, in Gruppen kuscheln! Knuddelt alle! Nja! Bam 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 Eins, ja, sechs, sechs Ich glaube wir haben hier alles fast, ne? Oder wir haben alles Wichtigste! Wir können hier rausgehen, es reicht! Kaffee! Danke für den Pudding! So, wir öffnen mal ein paar von diesen Köppelboxen und gucken mal was wir bekommen! Müll! Ne- Ne- Ja- Naja... Na... Naja... Anti-Magic-Mantle... Stärke-Boots... Leider kann ich keine guten Stats nix... Oha, 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 jetzt ist aber los... Uiuiui... Dann muss ich dich... Einwandknuddeln... Gruppenknuddeln, genau... Da gehört kein dazu, das stimmt... Das läuft nicht so süß, ne... Ist ja zu süß, hieß... Maja's Papier... Welzebue... Da gehört ihre da... Da gehört ihre da... Gehen... Turtle January töten... Oh, ne... Falsch, ey... Egal, wir gehen um... Wir gehen hier rein... Pam... 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 der kleine hat eine letzte stündlein geschlagen ich bin schnudelspezialistin oi das ist das ist das ist nechsee dankeschön ich finde die musik auch so schön drin hat noch so viel schöne musik es lohnt sich alleine spielen wegen der musik das spiel zu spielen finde ich wie viel liebe da drin überall steckt oh gott habe ich den wasserball gar nicht gemerkt ach verdammt der hat den wasserball auf mich drauf das hat wir getan jetzt habe ich den wasserball nicht gemerkt ich hätte er backporten müssen aber ich war wieder zu langsam nja 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 leffli du bist ja auch noch gerade süß bist du schon leffli mal stalken mal stalken 63 nee das ist ein anderer neulich hier lord knight 75 bist du schon geil dann holst du mich ja bald ein wenn du so weitermach und dann ja nja 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 Löffli 49.000 Poké fast 50.000 gezettet Löffli. Ich kann rot du bist an einem Ort wo man zur Ruhe kommen kann ein Saiyajin braucht man auch mal eine Pause vom Kampf das stimmt ja das stimmt auch ein Saiyajin braucht Pause oh was das denn Was ist das denn? Die scheinen noch nicht gemacht worden zu sein. Ah ja. Ein Lollikon braucht auch mal eine Pause. Genau. Zack. Ja, stimmt. Okay, er war auch noch da. Auf jeden Fall 14 Einzlöbeling. Danke fürs Zudecken mit der Lippo. Äh, falsch. Bam, 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 bam. Okay, Anjun. Danke für mein Mustache. Da bin ich wieder, du dober Cutie. Willkommen zurück, Anime-Fan. Danke für beide, King Crowley. Danke für Teichstreichel. Nja. Hm, beide, mit beiden Händen gleichzeitig. Oh ja. Wie cute. Ich bin entschuldig, diesmal habe ich nicht das eingelöst. Hm, ich bin entschuldig da vielleicht. Diesmal ist Levely. Oder? Ja. Die Teile streicheln. Wo bist du, Bossi? Bossi-lein. Ich weiß, dass du da bist. Du kannst dich nicht verstecken vor mir. Ich gönn mir einmal eine Ladung Ketchup. Eine Ladung Ketchup? Was heißt das denn jetzt? Ja. Was für eine Ladung denn? Da ist er doch. Komm her. Ich mach aus die Hackfleisch-Ragu. Ja, wir holen das auch. Da muss man nochmal machen gegen ihn. Die Uni wäre noch da. Morgen ist ein Vorstellungsgespräch. Oh, ich wünsche dir viel, viel Glück, Davi. Viel, viel Glück. Und guck mal, da ist Levely. Da ist Levely, siehst du da. Ja, das heißt er doch. Gehen wir mal nach Morog. Kann ich mich da hinworten? Ja. Huch, wo bin ich? Geht sie mal. Ich muss eins runter. Ah, passt schon. Oh nein, Wolfi. Er hat einen Punkis. Kakarot, ich bin zufrieden. So wie ich jetzt bin. Und wäre mir zu stressig. Und auf ganzem Diversum gegen mich kämpfen will. Naja, ist ja andersrum, ne. Die Saiyajins möchten ja fighten. Weil sie möchten ihre Stärke beweisen und sowas, ne. Aber gut, Son Goku ist ein bisschen anders. Aber doch, er möchte auch fighten. Das stimmt. Son Goku ist vielleicht doch auch nur ein Saiyajin. Im Endeffekt. Er rot. Hm, wenn ich das hier so lese, ein Jobwechsel wäre auch mal eine Überlegung wäre. Was, was für ein Job denn, Ronny? Was für ein Job schwebt ihr denn vor? Mal eben die Pion Fierts töten. Wobei, nee, komm. Ah, wobei, komm. Das war mal das Letzte. Und dann, ähm, glaube ich... Tun wir doch mal ein bisschen Gier machen. Versuch mal eine Waffe hochzuschmeißen. Opus 10. Komm, ich bin ein Klein. Mal vielleicht versuchen, das abzugreifen. dann reicht's noch die vier gegner hier dann diese map noch reicht das leute dann dann spielen wir dann gucken wir was an auf youtube und dann da fiel ich noch kurz lang hab ich Lust drauf okay Horny aha ist da jemand Horny aha genau nebendran war der jetzt fehlt noch Master Wing ein ganz großer Schleim wo bist du Master Wing? komm raus komm raus egal lass mal 1 2 3 Müll 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 ach schade wie zu gut es bekommen naja leider leider ist halt so Wollte mal schauen was da passiert naja upsala mal was neues machen vielleicht in der pflege mal was anderes glaube ich ständig bei meinem vater in der auspice bin habe ich mich schon mal gefragt ob ich in der pflege arbeiten würde ähm ist halt die frage ne licht